Dieser Videoclip zeigt Ihnen, wie Eigenschaften und Eigenschaftengruppen im Dialog Eigenschaftenmanager von Archica20 bearbeitet werden können. Nach der Erstellung von Eigenschaften und Eigenschaftengruppen im Dialog Eigenschaftenmanager können Sie Ihre Einstellungen beliebig bearbeiten. Wenn Sie eine einzelne Eigenschaft bearbeiten möchten, wählen Sie diese zuerst in der Liste im linken Teil aus. Klicken Sie ganz einfach in eines der Felder auf der rechten Seite und verändern Sie Ihre Werte je nach Bedarf. Auf ähnliche Weise ist es möglich, mehrere Eigenschaften in einem Schritt zu bearbeiten. Wählen Sie die Eigenschaften unter Verwendung von Ihnen bereits aus Ihrem Betriebssystem bekannten Methoden aus. Wenn mehrere Eigenschaften ausgewählt sind, kann nur das Paneel Verfügbarkeit bearbeitet werden. Die veränderten Werte werden auf alle ausgewählten Eigenschaften angewendet. Um eine einzelne Eigenschaftengruppe zu bearbeiten, wählen Sie die Titelzeile der Eigenschaftengruppe in der Liste im linken Teil aus. Verändern Sie das Feld Gruppenname oder ein beliebiges Feld im Paneel Verfügbarkeit. Die Änderungen im Paneel Verfügbarkeit werden auf alle Eigenschaften innerhalb der Eigenschaftengruppe angewendet. Auf ähnliche Weise ist es möglich, mehrere Eigenschaftengruppen in einem Schritt zu bearbeiten. Wählen Sie die Eigenschaftengruppe unter Verwendung von Ihnen bereits aus dem Betriebssystem bekannten Methoden aus. In diesem Fall können nur die Felder des Paneels Verfügbarkeit bearbeitet werden. Verändern Sie die Felder wie gewünscht und die Änderungen werden auf alle Eigenschaften innerhalb der ausgewählten Eigenschaftengruppe angewendet. Bitte beachten Sie, dass die im Dialog Eigenschaftenmanager vorgenommenen Änderungen ausgeführt werden, wenn Sie auf die Taste OK klicken und den Dialog schließen und verlassen. D- Vielen Dank.